Hallo zusammen, Martin und Sullivan. In diesem Kurzvideo erkläre ich euch neben der Malerei auch noch, warum ich manchmal mit einer offenen Leinwand anfange. Das hat den Grund, dass die Positionierung, Platzierung noch schwierig zu definieren ist am Anfang, weil das Gemälde praktisch von Licht und Schatten und eben dieser goldene Schnitt ist wichtig für die Harmonie, wenn wir nachher das Bild auch gut betrachten. Auch sehen, wenn ich einen Leinwand bespannen kann von einem breiten Kellerrahmen. Ein breiten Kellerrahmen gibt einen kleinen Gemälde sehr schönen Effekt. Und wenn ich das fertig habe, kann es wieder weitergehen mit dem Malen. Das heisst, wenn du die Dali auch mal aus dem Weg hast, die Dali ist mit dem Malabjekt. Und ja, dann gehen wir wieder los. Viel Spass! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020